Hier in der ersten Ausgabe der Hortonia News Nr. 124, in neuem Style, zeigen wir die bereits bekannten Termine. Dazu wäre noch anzukündigen, dass die Hortonia Darmstadt ab jetzt recht intensiv mit befreundeten Vereinen gleicher Gesinnung, enger zusammenarbeiten wird. Die Gründe hierzu liegen unter anderem in den schwindenden Mitgliederzahlen und damit geringere Geldeingänge, dazu gestiegenen Kosten, reduzierte Zuwendungen und Fördermittel. Kurzum geringere Möglichkeiten die Vereinsziele umzusetzen. Daher fangen wir jetzt damit an, indem wir auch die bereits bekannten Termine für 2024 der folgenden Vereine hier jetzt mit anzeigen. Hortonia Darmstadt Verein für Aquarien und Terrarienkunde Iris e.V. aus Frankfurt am Main Aquarienfreunde Mannheim 1965 e.V. aus Mannheim Elodea Bergstraße e.V. aus Benzheim Aquarienfreunde des Odenwaldkreises e.V. aus Michelstadt Wiesbadener Aquarienverein Amazonas e.V. aus Wiesbaden Die Kontaktmöglichkeiten der Vereine werden am Schluss nochmal am Stück gezeigt. Nun zu den Terminanzeigen Hierbei sind Änderungen vorbehalten. Diese können auf den jeweiligen Homepages der Vereine nachgesehen werden. Und los geht's mit den Vereinsterminen. Hortonia Darmstadt Alle hier gezeigten Termine und eventuelle Änderungen können auf der Homepage nachgelesen werden. Elodea Bergstraße Alle hier gezeigten Termine und die, die noch folgen, können auf der Homepage nachgelesen werden. Aquarienfreunde Mannheim Aquarienfreunde Mannheim Iris Frankfurt am Main Alle hier gezeigten Termine und die, die noch folgen, können auf der Homepage nachgelesen werden. Amazonas Wiesbaden Amazonas Wiesbaden Aquarienfreund Aquarienfreunde des Odenwaldkreises Alle hier gezeigten Termine und die, die noch folgen, können auf der Homepage nachgelesen werden. Das war die vorläufige Terminübersicht für das Jahr 2024. Änderungen vorbehalten. Hier noch einmal die gezeigten Vereine mit ihren Kontaktmöglichkeiten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hortonia News Nummer 1, 24 Hortonia News Nummer 1, 24 Hortonia News Nummer 1, 24 Hortonia News Nummer 1, 24